Auf der Homepage der Deutschen Bank finden Sie oben rechts den Zugang zu Ihrem Online-Banking. Hier geben Sie Ihre Filialnummer und die Kontonummer ein. Nach Eingabe Ihrer PIN melden Sie sich mit Login ausführen an. Jetzt sehen Sie die Übersichtsseite des Online-Bankings. Hier finden Sie auf einen Blick Ihre Konten und Karten, Sparkonten, Währungskonten, Depots und auch Ihre Produkte der Deutschen Bank Bauspar AG. In der oberen Navigationsleiste erhalten Sie Zugriff zu den verschiedenen Bereichen des Online-Bankings. Auf der linken Seite stehen Ihnen je Bereich themenspezifische Direktzugriffe zur Verfügung, mit denen Sie schnell die gewünschte Funktion erreichen. Hier beispielsweise die Umsatzanzeige, Überweisungen oder Daueraufträge. Natürlich können Sie auch direkt auf ein Konto klicken, um sich die Umsätze anzusehen. Damit ändert sich der Menüpunkt in der oberen Navigation auf Konten und die linke Leiste mit den Direktzugriffen passt sich an. Hier haben Sie die Möglichkeit, direkt zwischen den verschiedenen Konten zu wechseln, den Zeitraum der Umsatzanzeige festzulegen und konkret nach einem Umsatz zu suchen. Unter Planer finden Sie den Finanzplaner der Deutschen Bank. Ihre Ausgaben werden nach Kategorien sortiert, grafisch aufbereitet und Sie erhalten einen schnellen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben. Der Menüpunkt Depots zeigt Ihnen Ihre aktuelle Vermögensaufstellung und bietet viele nützliche Funktionen rund um die Wertpapieranlage, wie zum Beispiel das Orientierungsdepot, den Investmentfinder oder die Möglichkeit, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Unter Märkte finden Sie die aktuellen Marktinformationen. Hier können Sie zum Beispiel unter Perspektiven die Perspektiven am Morgen als tägliche E-Mail abonnieren. Unter Produkte haben Sie die Möglichkeit, eine digitale Gutscheinkarte von iTunes zu kaufen und viele Produkte im Bereich Konto und Karten oder Sparen direkt online abzuschließen. Im Bereich Services können Sie viele, zum Teil alltägliche Dinge rund um Ihre Bankverbindung online erledigen. Unter anderem eine Lastschrift zurückgeben, Ihre Deutsche Bankkarte für das Ausland freischalten oder Ihre Adresse ändern. Im Menüpunkt Postfach aktivieren Sie, falls noch nicht geschehen, Ihr persönliches Postfach und finden dort Ihre Kontodokumente, Kreditkartenumsatzabrechnungen, Wertpapierdokumente und Mitteilungen der Bank. Wenn Sie alles erledigt haben, loggen Sie sich abgesichert über Kunden-Logout wieder aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017